So und weiter geht's mit Part 16, glaube ich, von Let's Play, so Marsch von Kindern. Ja. Hallo. So, so. Dann können wir ja loslegen, ne? Ab in diese... Mit diesem Psycho-Laden hier. Ach, hau ab, ey. So, wo sind wir denn hier? Ich hasse diese Level, ey. Überall kommen diese verkorksten Bob-Oms raus. Pass auf, moving! Ja, ha, ha! So ist das. Ich lasse mich doch nicht von euch verarschen, ey. Alter, ist ja mal voll fail. Das ist totaler Fail hier. Oh, scheiße. Soll das vielleicht ein schlechter Witz sein? Hallo, Alter? Was soll denn der Scheiß? Wie soll wir denn da hochkommen? Da kann man nicht hoch, Alter. Das mach ich nachher mit Edith-Roll. Ich bin euch bekloppt und... Mein Gott! So, also dieser... Bullshit riecht mich auf hier. Hä? Wie soll das gehen, ey? Ich krieg mir zu viel hier, ey. Ich krieg mir zu viel hier, ey. Die vernatzen uns ja hier richtig. Soll das ein Witz sein? Verdammt! Schaut. Ist irgendwie klar, ey. Wofür brauchen wir den Wichs da? Na, wir müssen einen Sauhund mitnehmen, ey. Was für ein Scheiß. Nein, ich will das nicht! Fick dich! Mann! Boah, weh. Da kommt jetzt so ein abgekorkster... Gegner. Uch. Ich sehe dich, aber ich weiß jetzt. Oh, ihr müsst. Ich denke, wir müssenи nichtięcy tun. Ski, die sind jetzt nicht tun. Äh... AHAHAHAHAHA Boah, ihr beglischtet uns erst mal in die Wand, ey. The Bitch Machine. Ja, ja. Und tot. Das war irgendwie dumm. Das nutzt der trüb, ey, echt die Zeitmaschine, damit wir alles doppelt dreifach machen, mal, ey. Wie behindert der? Ja, ja, schief, blablabla. Die 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 gott tschuldigung ja der part ist der party ist jetzt also bis zum nächsten part leute entschuldigt meinen durchgeknallten failure oh nicht 11 10